Als ich neulich diese gut und günstig peanut butter crunchies mal auf Instagram sah, da dachte ich mir nur so, oh yeah, muss das geil sein. Deswegen habe ich sie mir besorgt und stelle sie euch in diesem Testvideo vor und wir schauen uns an, ob diese Frühstücksflocken mit Erdnusspaste und Vollkornmais so lecker sind, wie man es sich vorstellen kann. Film ab, viel Spaß. Ja, hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich sage mal, das könnte wirklich geil werden, oder? Seien wir mal ehrlich, peanut butter crunchies mit Vollkornmaismehl und Erdnusspaste sind sie hergestellt. So sehen sie aus, erinnern so ein bisschen an diese, nicht honeyloops, die waren übrigens auch sehr geil von Caddox, sondern Honigpops, so von der Form, jetzt vom Aussehen. Super knusprig sind sie, 500 Gramm sind drin und eben, ja, mit Peanut Butter steht zumindest drauf. Wie bei vielen Produkten ist dann aber am Ende keine Erdnussbutter drin, sondern Erdnussgeschmack und Erdnussmehl. Hier wird das auch so sein, wenn wir uns mal die Zutaten anschauen. Und zwar haben wir Vollkornmaismehl und wir haben Erdnusspaste. Okay, das kann man auch als Erdnussbutter bezeichnen, ja. Aber ich will nur damit so ein bisschen sagen, man muss mal so ein bisschen schauen, was man kauft. Das ist nicht immer unbedingt das, was drin ist, drin was drauf ist, so, nee, ja genau. Und wir haben natürlich noch Zucker, wir haben noch Maltodextrin, ist auch eine Art Zucker. Wir haben Maisstärke, Maismischstabilisatoren, Gerstmalz-Extrakt, Rapsölstabilisatoren, Kalziumkarmen, Fettarmus, Kakaopulver, damit wir so ein bisschen hier schokoladig vielleicht färben. Und haben folgende Nährwerte, die nicht ganz so Frühstücksflocken gesund mäßig ist. Aber es ist eine Süßigkeit, es soll gut sein. Ja, wir haben 20 Gramm Zucker, da gibt es weit auch Schlimmere, muss man sagen. Wir haben 13 Gramm Fett und das ist für so Frühstücksdinger, außer wenn man jetzt so gefüllte Kissen hat. Die haben auch oft deutlich viel Fett drin. Haben wir halt ansonsten hauptsächlich Kohlenhydrate und Eiweiß haben wir tatsächlich auch 10,2 Gramm. Deswegen wird vermutlich gar nicht mal so wenig Erdnusspaste drin sein. Sprich, dass das Ganze jetzt hier auch noch für die Gains ist. Wenn man sich so eine ganze Packung reinzieht, dann haben wir ungefähr 50 Gramm Eiweiß. Also kann man halt machen. Und ja, also ich finde es sehr interessant, es könnte wirklich sehr lecker werden. Was ich auch interessant finde, ist, dass sie nicht mehr draufschreiben, was ich ganz oft kritisiere bei vielen Produkten, von wegen die Nährwerte pro Portion. Und diese Portionen sind dann ja immer total lächerlich klein in 30 Gramm. Wir machen jetzt gleich, aber trotzdem spaßeshalber werde ich mal hier in diese Schüssel 30 Gramm abwiegen. Und dann gucken wir uns mal an, wie groß früher noch eine Portion gewesen wäre. Denn auch noch viele andere Hersteller benennen heute so Frühstücksflocken, Müsse und Co. mit einer Portion zu 30 Gramm. Warum tun sie das? Damit die Nährwerte möglichst gering sind. Kein Mensch isst aber so wenig. Wir schauen uns das jetzt mal an, diese Portion von diesen Peanut Butter Crunchies. So, das ist jetzt eine Portion, 30 Gramm, im Vergleich dazu mal eben einen Teelöffel. Der ist sogar ein bisschen kleiner, der Teelöffel. Also viel ist das de facto wirklich nicht. Und ich habe die gerade angefasst. Die sind so, die fühlen sich an wie so, wie Erdnussflips. Die sind so richtig, so ein bisschen schmierig vom Fett da drin. Und riecht auf jeden Fall sehr geil. Richtig gutes Erdnussaroma, was auch total geil wie Erdnussflips riecht. Also ganz interessante Sache. Und ich probiere jetzt einfach mal so pur vielleicht. Wobei, nein, erstmal machen wir so. Wir machen das so, wie das richtig sein soll. Zu den Edeka Peanut Butter Crunchies gibt es jetzt Rewe Biomilch. Das könnte natürlich dann auch eine teuflisch gute Kombination sein. Übrigens kauft Biomilch für die Kuh. Schön. Und das soll jetzt also dann mein Frühstück sein. Okay, dann habe ich wahrscheinlich nach 20 Minuten wieder Hunger. Wenn der Hunger überhaupt weg geht. Okay. Oh, Halla. Wie ihr hört, sehr, sehr knusprig. Ein richtig intensiver. Es schmeckt wie Erdnussflips. Tatsächlich weniger süß als andere Frühstücksflocken, sage ich jetzt mal. Sondern, ja, haben so eine leichte würzige Note von den Erdnüssen eben. Und dazu dann so leicht süß. Kakao, finde ich, schmeckt man jetzt nicht großartig raus von den Dingern. Also wirklich gut. Es sind halt, ja, wie ich sagte, wie so Honigpops. So sehr luftig, locker. Außen aber halt also knusprig und sehr, ich sage jetzt mal, trocken. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie die gefüllten Kissen nimmt. Die sind innen natürlich weich und, ich sage mal, saffliger. Aber, ja, die Dinger gefallen mir, sind wirklich lecker. Vor allem, weil sie richtig guten Erdnussgeschmack haben. Ich glaube, wenn man so, wenn man so Schokopops nehmen würde und dann einfach klein gebröselte Erdnussflips reinmachen würde, dann würde es so eh nicht schmecken. Die würden natürlich sofort matschig werden. Aber rein vom Geschmack geht das wirklich ganz stark in diese Richtung. Hm. Ja. Also, ich muss sagen, diese Peanut Butter Crunchies sind wirklich lecker. Haben mir sehr gut gefallen. Die sind wirklich sehr gut. Mal gucken, die Milch. Hm. Also, Daumen nach oben. Für die Peanut Butter Crunchies, wenn ihr Erdnussbutter mögt oder Erdnüsse, dann kauft sie euch mal. Da habt ihr wirklich ein sehr, sehr leckeres, erdnussmäßiges Frühstück. Und falls ihr sie vielleicht schon kennt oder ähnliche Produkte, die mit Erdnussbutter oder, ich sag mal, so ein bisschen außergewöhnlicher sind, dann könnt ihr mir jetzt gerne einen Kommentar schreiben. Da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten sage ich super knusprig und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao. Adieu und ciao.